so okay einschmelzen kann ich nicht mehr nein keine kohle dann gehen wir noch mal die mine die stadt gewusst hat die so lange braucht war da post egal ich will das noch mal in die mine für ellie ein nom 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 für ellie hat ellie etwa hunger oder mag er den hamster die pause verpasst ja da müssen wir halt noch mal eine pause machen jetzt wenn du die verpasst hast dann machen wir jetzt für pandasi noch mal extra eine pause damit die auch in den genuss kommt nein natürlich nicht irgendwann ist auch mal jord diese und da ist eine mit stern nehmt blumen ne der eine blume am kopf ein holz knüppel neun bis sechzehn schaden und hier geht es runter kupfer nehmen wir noch mal mit okay wir kämpfen uns weiter voran und wir knüppeln mal das feeder weg geht schon wesentlich besser deshalb die abo die irgendwas die was band deban 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 anbahn deban der friend genau das ause genau das auch deutsche gegend hier kann ich das da wegzimmern Oh, super. Äh. Guck mal. Fliegen Baseball. Oh, Weier. Ah. Na gut, jetzt hier. Ich hab da irgendwas gemacht mit dem Teil. Hm. Die Bahn. Die Bahn? Die Bahn? Die Bahn? Die Bahn? Gewalt gegen Fliegen. Die armen Kleinen. Ja, ey. Die haben mich und so. Wenn die so groß wären, würde ich aber das Laufen kriegen. Ja, die Mädels glaube ich auch, die da gerade die armen Kleinen rufen. Und da sind wir bestimmt die Erste, die hier irgendwie, die nur noch am Horizont siehst, in so einer Staubwolke verschwindend. Wenn da so ein Meter langes Insekt auf sie zukommt. Hm. In diesem Sand muss man ja immer ein bisschen aufpassen, dass da nicht diese Kicher drin sind, ne? Diese Maulwürfe. Aber wir müssen auf jeden Fall hier ein bisschen freikloppen. Damit wir den Ausgang finden. Ah, läuft ja super. Das war's. Baaah! 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 Kann ich hier was mit der Hacke machen? Baaah! 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 Baaaah! Ja, seid ihr denn deppert. Wer war das? Hilfe, ne Fliege, ach nee, ist noch Sticky, ey. Frescheid. Können mich doch nicht so erschrecken hier. Oh, da oben war der Ausgang sofort. So. Da ist der Ausgang. Kann und werde ich. Das habe ich befürchtet. Mit dem Erschrecken. Erkennt man Eisen denn? Sieht Eisen eisig aus oder sieht Eisen eisig? Ist Eisen irgendwie? Eine ganz tolle Musik. Ich gehe mal weiter runter. Ah, bing. Geil. Eisen sieht ein wenig wie Eisen. Ich gehe mal weiter runter. 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 Eisen aus. Könnte aber auch wie Eisen aussehen. Wer weiß das schon so genau. Ah. Ach so. Oh. Und der Bzzz. Käferfleisch. Hallo. Eins. Komm her. Komm her. Vielleicht mal was essen. Meerrettich. Meerrettich geht immer. Käferhack. Genau. Quatsch. Leckeren Meerrettich in der Höhle reinpfeifen. Oh. Glück gehabt. In der Höhle reinpfeifen. Das ist schon was Feines. Kohle. Höhle. Höhle. Hupfer. Wenn es so auffällig ist, können wir ruhig mitnehmen. Hack oder Beef Jerky. Ja. Bei dir ist ja gerade Beef Jerky aktuell, ne? Wegen The Long Dark. The Long Dark. Toll, wo soll denn jetzt hier der Abgang sein? Sehen wir irgendwo das Level? Ne, ne? Ich hätte mitzählen sollen. Mitzählen. Ah. Sehr gut. Sonderskopf. Oh. Haben wir Meerrettich? Lecker Mini-Salami. Dann guten Hunger. Ich gönne mir Algen. Sieht das gut. Ihr könnt essen. Das mache ich bei Ziggy ja auch immer. Da bin ich auch regelmäßig am Mampfen im Stream. Gestern gab es Mettbrötchen mit Zwiebeln. Da muss man aber echt ganz schön tief runter. Kann das sein? Nein. Na. Mä. Ui. Mann, Mann, Mann. Was ist das da? Ah, ne. Schade. Nitter Aufzug. Ah. Ich würde echt gerne noch zumindest den nächsten Aufzug erreichen. Mettbrötchen, genau. Mit Mett. Da ist der Abstieg. Aber hier ist ja noch irgendwo ein Wagen, ne? Da. Da ist auch noch ein Abstieg. Wir gehen runter. Wir müssen langsam zurück. Ey, das ist doch alle fünf Level, oder nicht? So, bevor hier Bzzz... Ah, da kommt schon Bzzz. Mann. Was ist das? Topaz. Ich will keinen Topaz. Mann. Ich will doch nur Eisen. Hey. Das ist ja der Weg. Das ist ja der Weg. Ja. Oh, null. Oh. Kacke. Oh, Stahlkurzschwert, nice, aber, oh oh, schnell hoch, raus, ab ins Bett, wir gucken gleich, was es ist, wir müssen jetzt schnell in die Pofe, vielleicht ist ja unser Hühnerstall dann auch fertig, Hühnerstall, Oh, 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 oh bei strömendem regen nach hause kommen wer kennt es nicht oder fröschen wo kommen die hemmer hat da immer noch jetzt aber schnell hier zack minenarbeit stufe 3 plus 1 spitzhacken effektivität neues kochrezept bergarbeiter lecker bisschen cool kampf stufe 2 lebens elixier auch nicht schlecht aber unser problem ist eigentlich noch immer er die ausdauer anstatt